Make-up Portrait, Female Model Tatjana Photography Studio, Fotostudio inklusive Fototipps. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Die Kunst der Make-up Portrait Fotografie im Fotostudio, Tipps und Tricks für ein unvergessliches Shooting. Die Make-up Portrait Fotografie ist eine Kunstform, die die Persönlichkeit und Einzigartigkeit eines Models in den Vordergrund rückt. Besonders im Fotostudio bietet sich dir eine ideale Umgebung, um mit Licht, Posen und Make-up zu experimentieren und atemberaubende Portraits zu schaffen. Jedes Element, von der Wahl des Make-ups über die Studiobeleuchtung bis hin zur Kommunikation mit dem Model, spielt eine wichtige Rolle, um ein harmonisches und ausdrucksstarkes Endergebnis zu erzielen. In diesem Leitfaden erfährst du alles, was du wissen musst, um dein Shooting auf das nächste Level zu heben. Die Wahl des richtigen Make-ups Ausdrucksstärke im Fokus Make-up ist mehr als nur Kosmetik. Es dient als Ausdrucksverstärker und unterstreicht die Emotionen und den Charakter deines Models. Im Fotostudio, wo du die volle Kontrolle über das Licht hast, ist es wichtig, das Make-up präzise auf die Beleuchtung abzustimmen. Eine gute Zusammenarbeit mit einer Visagistin kann hier von Vorteil sein. Für ein dezentes und natürliches Portrait solltest du auf zarte Töne setzen, die die natürliche Schönheit betonen, während für dramatische Aufnahmen kräftigere Farben und stärkere Konturen geeignet sind. Tipp Achte darauf, dass das Make-up nicht zu stark glänzt. Gerade bei starker Studiobeleuchtung kann dies ungewollte Reflexionen erzeugen. Mattierende Produkte helfen, den Glanz zu minimieren und das Make-up makellos aussehen zu lassen. Beleuchtung im Fotostudio Der Schlüssel zur perfekten Inszenierung. Die Wahl der Beleuchtung bestimmt maßgeblich die Stimmung deines Fotos. Weiches Licht, wie es durch eine Softbox erzeugt wird, schmeichelt dem Gesicht und lässt die Haut ebenmäßiger erscheinen. Ein direkter Lichtstrahl oder hartes Licht kann hingegen dramatische Schatten erzeugen, die den Ausdruck des Models verstärken. Um das Make-up optimal zu betonen, solltest du auf die richtige Lichtführung achten und gegebenenfalls Reflektoren verwenden, um ungewollte Schatten aufzuhellen. Tipp Probiere verschiedene Lichtquellen aus, um herauszufinden, welche das Make-up am besten zur Geltung bringt. Oft reicht schon eine leichte Anpassung der Lichtintensität, um eine völlig neue Bildwirkung zu erzielen. Kreative Hintergründe und Accessoires Den Look stilvoll ergänzen Der Hintergrund in deinem Studio kann subtil oder markant sein, je nachdem, welche Stimmung du erzeugen möchtest. Ein neutraler Hintergrund wie Weiß, Grau oder Schwarz eignet sich hervorragend, um das Gesicht und das Make-up des Models in den Fokus zu rücken. Wenn du jedoch einen künstlerischeren Ansatz verfolgst, kannst du auch farbige oder strukturierte Hintergründe verwenden, um dem Bild mehr Tiefe zu verleihen. Accessoires wie Schmuck, Hüte oder Tücher können den Look abrunden und dem Bild eine persönliche Note verleihen. Allerdings sollten diese Accessoires nicht die Aufmerksamkeit vom Gesicht oder dem Make-up ablenken, sondern die Gesamtkomposition harmonisch unterstützen. Kommunikation Vertrauen aufbauen für natürliche Ausdrücke Ein entspannter und offener Dialog mit deinem Model ist essentiell für ein gelungenes Fotoshooting. Wenn sich das Model wohlfühlt, wird dies auch in den Bildern sichtbar. Vor dem Shooting solltest du deine Vorstellungen und Wünsche klar kommunizieren, gleichzeitig aber auch auf die Ideen und den Komfort des Models eingehen. Tipp Während des Shootings helfen kleine Komplimente und motivierende Anmerkungen dabei, das Model zu ermutigen, sich vor der Kamera frei zu bewegen und authentische Emotionen zu zeigen. Tipps zur Posengestaltung Natürlichkeit und Eleganz Die richtige Pose ist entscheidend, um das Gesicht und das Make-up deines Models bestmöglich zu inszenieren. Vermeide starre oder erzwungene Posen, die das Bild unnatürlich wirken lassen. Stattdessen solltest du dein Model zu fließenden Bewegungen ermutigen. Kleine Veränderungen im Gesichtsausdruck oder der Kopfhaltung können bereits große Unterschiede im Ergebnis bewirken. Tipp Lass dein Model leicht den Kopf neigen oder über die Schulter blicken. Solche subtilen Veränderungen verleihen dem Bild oft mehr Dynamik und Ausdruck. Licht und Schatten Die Magie des Spiels mit Kontrasten Die gezielte Verwendung von Licht und Schatten kann deinem Porträt mehr Tiefe und Dramatik verleihen. Indem du mit unterschiedlichen Lichtwinkeln experimentierst, kannst du interessante Effekte erzielen, die das Make-up und die Gesichtszüge deines Models betonen. Besonders bei seitlicher Beleuchtung oder einer sogenannten Kantenbeleuchtung, Backlight, lassen sich beeindruckende Porträts kreieren, die das Model klar vom Hintergrund abheben. Tipp Probiere das Gesicht deines Models leicht von unten zu beleuchten, um einen geheimnisvollen und dramatischen Effekt zu erzeugen. Auf die Details kommt es an. Kleine Feinheiten machen den Unterschied. In der Make-up-Portray-Fotografie spielen die Details eine große Rolle. Achte darauf, dass das Make-up während des gesamten Shootings frisch bleibt und eventuelle Glanzstellen regelmäßig abgepudert werden. Kleine Anpassungen und Korrekturen können entscheidend sein, um ein perfekt ausgeleuchtetes Bild zu erhalten. Nachbearbeitung Den letzten Feinschliff geben Auch wenn die Aufnahmen im Studio bereits gut gelungen sind, bietet die Nachbearbeitung die Möglichkeit, dein Make-up-Porträt weiter zu verfeinern. Kleine Hautunreinheiten lassen sich in der Retusche entfernen, ohne den natürlichen Look zu verlieren. Farbkorrekturen und Anpassungen in der Helligkeit helfen, das Make-up noch besser zur Geltung zu bringen. Tipp Achte bei der Nachbearbeitung darauf, dass das Make-up und die Hauttöne realistisch bleiben und nicht übermäßig bearbeitet wirken. Weniger ist oft mehr, um einen natürlichen und authentischen Look zu bewahren. Top 10 Tipps für ein erfolgreiches Make-up-Portray-Shooting im Fotostudio Harmonische Abstimmung von Make-up und Beleuchtung Passe das Make-up an die Lichtverhältnisse im Studio an, um ein natürliches Ergebnis zu erzielen. Professionelles Studio-Setup Plane das Set sorgfältig, insbesondere die Wahl des Hintergrunds und der Beleuchtung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Vertrauen aufbauen Eine offene und entspannte Atmosphäre fördert das Selbstbewusstsein des Models und verbessert die Bilder. Kreative Posen nutzen Lass dein Model verschiedene Posen ausprobieren, um das Bild dynamischer und interessanter zu gestalten. Accessoires mit Bedacht wählen Setze Accessoires so ein, dass sie den Look ergänzen, ohne vom Gesicht abzulenken. Licht und Schatten für mehr Dramatik Spiele mit verschiedenen Lichtquellen, um unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Auf Details achten Halte das Make-up während des Shootings frisch und sorge dafür, dass alle kleinen Unregelmäßigkeiten korrigiert werden. Regelmäßige Pausen einplanen Gönne dem Model und dir Pausen, um das Make-up aufzufrischen und neue Energie für kreative Posen zu tanken. Natürliche Nachbearbeitung Verfeinere das Bild in der Nachbearbeitung, aber behalte einen natürlichen und authentischen Look bei. Experimentiere mit verschiedenen Looks. Hab keine Angst, unterschiedliche Make-up-Stile und Lichttechniken auszuprobieren, um abwechslungsreiche und einzigartige Porträts zu kreieren. Mit diesen Tipps und Tricks bist du bestens vorbereitet, um beeindruckende Make-up-Porträts im Fotostudio zu gestalten. Die richtige Mischung aus technischer Perfektion, kreativer Inszenierung und menschlicher Interaktion führt zu Bildern, die Emotionen transportieren und nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Mehr im Buch Kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos Smartphone-Fotografie Profi-Tipps mit dem Handy für Freizeit, Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert. Mach's gut und bleibsch внимert. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.